Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, das Thema Inklusion ist mir natürlich auch als Mitglied des Landesvorstands der Lebenshilfe Berlin besonders wichtig, aber über die Inklusion, lieber Özcan Mutlu, auch für dich haben wir uns das genügend ausgetauscht. Ich will meine Rede ausschließlich auf die Schulsozialarbeit lenken, weil darum geht es nämlich auch in Ihrem Antrag. Ich sehe das Thema auch durch die Brille einer ehemaligen Kommunalpolitikerin, und ich weiß, viele von Ihnen sind natürlich auch noch in der Kommunalpolitik tätig. Dort habe ich 14 Jahre lang Politik im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gemacht, und das Thema Schulsozialarbeit ist mir natürlich mehr als vertraut. Sie hat für die Entwicklung unserer Kinder einen immensen Stellenwert, aber auch für das Bildungssystem selbst, besonders an sogenannten Brennpunktschulen. Schulsozialarbeiter sind ja Schnittstelle zwischen Eltern und Schülern, Lehrern und den außerschulischen Aktivitäten. Sie unterstützen Kinder und Jugendlichen bei gesellschaftlicher Teilhabe, eben den Weg, um gleiche Startchancen bei der Bildung zu gleichen Chancen zu machen und einen guten Schulabschluss zu ermöglichen. Die Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen werden durch die pädagogische Arbeit der Schulsozialarbeiter nachhaltig verbessert. Sie hilft, eigenverantwortlich ins Berufsleben zu starten. Ich kenne keine Schule, die auf die wichtige Arbeit der Schulsozialarbeiter jemals wieder verzichten möchte, gerade weil die Sozialarbeiter an den Schulen einen hervorragenden Job machen. Ich habe die Qualität der Arbeit der Schulsozialarbeiter als durchweg sehr gut wahrgenommen. Die Schüler bringen ja auch vielfältige Probleme mit. von kleinen... Was haben Sie dann im Bundestag getan? Entschuldigung? Sie haben die letzten Redaktion. Können wir uns gleich darüber unterhalten, Kollege? Können wir... Warten Sie vielleicht erst mal meine Rede ab, Kollege Mutlu. Regen Sie sich nicht immer so auf, und dann kommen Sie nämlich zu meiner Antwort. Sie haben nichts getan. Es geht... Genau, Kollege Schipanski kennt schon meine Antwort. Aber lassen Sie mich noch ausführen. In den Schulen gibt es vielfältige Probleme. Das fängt bei kleinen Streitigkeiten an, die man zu Hause hat. Geht aber auch bei uns zum Beispiel in Berlin oder auch in anderen Bundesländern hin bis zu kriminellen Karrieren ist eben alles dabei von den Themen. An allen Schulen habe ich Schulsozialarbeiter erlebt. Und vor allen Dingen habe ich sie immer als Anwälte der Jugendliche erlebt, die sich mit vollem Einsatz und nach bestem Wissen und Gewissen um die Kinder und Jugendlichen bemühen und ihnen bei Bedarf auch Grenzen aufzeigen. Dafür meine große Anerkennung und mein Dank. Aber unsere Erfahrung aus der Kommunalpolitik sagt uns, die Schulsozialarbeit funktioniert nur, wenn sie möglichst kleinteilig und bedarfsgerecht organisiert ist. Der Grund liegt auf der Hand. Zum Beispiel bei mir in Neukölln hat die Schulsozialarbeit ganz andere Aufgaben zu bewältigen als in ländlichen Gebieten. Sie steht vor anderen Herausforderungen und muss andere Hilfe leisten. Für diese Erkenntnis Frau Kollegin Schwarzer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Heim? Nein, ich möchte erst ausführen. Danke. Danke. Für diese Erkenntnis muss man nicht besonders weit über den Tellerrand hinausschauen. Diese Unterschiede gibt es allein schon hier in Berlin. Das heißt für mich, die Schulsozialarbeit muss auf kleinstmöglichster Ebene organisiert sein. Und damit gilt auch, dort, wo organisiert, gelenkt und entschieden wird, muss die Finanzierung angesiedelt sein. Und dennoch, obwohl wir bei der Schulsozialarbeit von einer Aufgabe sprechen, dem föderalen System klar den Ländern und den kommunalen Gebietskörperschaften zugeordnet ist, stellte der Bund in den Jahren 2011 bis 2013 zusätzliche Mittel zur Verfügung, um bei dieser Aufgabe zu unterstützen. In Zahlen in den Jahren 2011, 2012 und 2013 hat der Bund jeweils 400 Millionen Euro für Schulsozialarbeit und Mittagessen an Horten zur Verfügung gestellt. Das Stichwort heißt jedoch Anschubfinanzierung. Gemeinsam wurde eben auch vereinbart, dass das Projekt 2013 die Anschubfinanzierung aufhört. Eine dauerhafte zweckgebundene Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund verbietet das Grundgesetz. Das hatten wir schon. In der Tat, Herr Mutlu hat aufgepasst. Durch die Forderung der Finanzierung im SGB VIII zu verankern, Frau Kollegin Hein, wir hatten das ja gestern schon im Ausschuss, umgehen Sie diesen Fakt. Aber Tatsache ist doch, Schulsozialarbeiter arbeiten im schulischen Raum. Und ohne Wenn und Aber sind wir hier im Bereich der Länderkompetenzen und in den Kompetenzen der Kommunen. Darum widerspricht eine dauerhafte Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund dem Anspruch der Länder auf ihre Bildungshoheit. Und die Verantwortung der Länder für den Bildungsbereich spielt auch bei der Finanzierung eine große Rolle. Dennoch hat der Bund und die Länder, hat der Bund die Länder und den Kommunen in den vergangenen Jahren sehr stark unterstützt. Die Zahlen habe ich eben schon genannt. Wir sehen, der Bund nimmt sehr wohl die Aufgabe, die Kommunen und Länder bei ihren vielfältigen Aufgaben zu unterstützen, sehr ernst. Die Schulsozialarbeit ist aber auch aus gutem Grund ureigene kommunale Aufgabe. Sie ist in den Regionen am besten aufgehoben, weil dort die Bedarfe am deutlichsten erkennbar sind, weil eben dort die Experten sitzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Kollegin Hain hat jetzt um das Wort zu einer Kurzintervention gebeten. Frau Kollegin Hain, ich betone noch einmal kurz.